Die Braum-Ult ist auf jeden Fall ekelhaft für Yasuo, also für uns, wenn wir mit Yasuo. Moment, oh fuck, ich hab die falschen Runen drin. Ich bin behindert. Was hast du drin? Tank-Runen? Nee, schlimmer. ADC-Runen. Ja, gestern noch ein A-Ram gespielt, das sind die A-Ram-Runen. Ah, fuck my life. Ey, ich hab schon 41 Sekunden nie im Tempo gehabt, ja? Das ist behindert, Mann. Und ich hab schon 9 Damage mit Gnadenstoß gemacht. Alter, das tut weh. Das ist mein E gerade raus. Kommen die Nidl hier auf die Borderline, ey. Oh nein, ich bin dumm. Ach ja. Ich dachte, ich krieg, ich treff den... Hallo, Yasuo. Aber er trefft mich doch. Fuck. Oh Gott. Das ist... Alter, dieser Speer macht mich fertig. Mensch, der Typ war wirklich nicht mehr. Der muss hier raus. Die, die macht mir so viel Damage. Das ist nicht feierlich. Keine Pflänzchen. Ich hab's gesagt, ich hab's PNP angesagt, quasi jede Woche. Ja, bei mir ist tatsächlich... Lul. Unlucky. Ähm, bei mir ist ja hier am Sonntag PNP angesagt. Jetzt heult der Ogurt gerade rum im All-Chat, ne? Läuft. Da war er da unten. Nö, nicht so ganz. Nice. Jetzt läuft's. Hoffentlich. Da kommt noch mehr Topland, ne? Pfff. Hi. Fitsch gut. Ich find das toll, wenn die in mein Ulti laufen. Uh, der hat Bock. Der hat Bock. Ujo, der hat richtig Bock. Ich muss nur hier raus. Hi. Schön, dass ihr das einfach so macht, dann... Ich hab ihn gefunden. Aber ich glaub, Nico-Zyra ist auch ne ekelhafte Kombo. Oh, ne! Boah! Boah! Finding Report, ja, so please, im All-Chat läuft. Ich geh mal Bay, sie pinnen, man. Wir haben nix. Krieg dann einen Haufen Leben durch Frosthammer, ne? Bei Sona gibt wahrscheinlich auch noch guter Support. Also Sona ist ne typische Post-5-Support. Aber ich glaube, unser... Early- und Mid-Game kannst du die gut spielen. Damit kann ich nicht dienen. Hallo, oh Gott! Nice. Ach man. Ja, so ist einfach zu mobil. Daher kann jeder Spiel nur einfallen. Äh, was macht unser... Ah, die zählt der anderen bitte. Ah, ha, 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 ha. Hm, die kommen jetzt alle wieder durch ne Top-Lane. Ja, dann zieh ich mich zurück. Da muss ich rausflashen an der Stelle, wenn ich dort bin. Also sind wirklich alle da in eurer Richtung unterwegs. Da muss ich rausflashen an der Stelle. Ah, nicht alles. Ich finde, noch auflöbber. Nausfläber. Oh, meine... Aber erst mal 4.000 Sensen. Oh, nice. Okay, den machst du einfach mal solo platt. Ja, im Eilverfahren halt, ne? Oh, ne, 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 ne. Äh, ich muss weg, sonst bin ich gleich hier Ulti-Shot für den. Ja, ich auch. Da hab ich keine Lust drauf. Ich auch. Willst du nen Blue? Komm, wir machen dir den Blue. Das ist mal der Djin-Ala. Das ist halt nur so Burst, du hast das nicht konstant. Du kannst nicht sagen, wenn ich jetzt noch nen Game mache, hab ich den Champion. Sondern du musst halt warten, bis das nächste Level abkommt. Das stimmt. Ähm, warum stirbt ein Djin schon wieder? Och, kommt schon. Wenn er halt solo im River rumläuft. Ja. Unser Vorteil ist, dass die Miko halt doch ein bisschen was kann. Ja, aber wenn er unser ADC halt immer Bullshit macht. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Schade. Oh, los. Los. Das reicht. Was war das denn? Das ist mein Leandris. Man kann nicht mehr zu Tode burn, hat mir letztens jemand gesagt. Doch, doch, kann man. Die machen den Nash höchstwahrscheinlich fahrt. Ja. Aber die machen den Nash. Oh shit. Dass die Nash kommen machen, hab ich nicht gerechnet. Versuch von hinten rein zu fahren. Äh, mach mal nie in der Mitte. Oder weil doch mit Niko kümmern. Mit Niko kümmern. Seid zu dreht. Einer ist schon tot. Okay, nice. Wenn die Niko nicht als die Finger fangen würde. Die schießt aber auch ekelhaft. Was? Auch gefangen. What? Ich dachte, der reicht von der Range nicht. Also tatsächlich Twitch und Jin sind bei uns tatsächlich die gleiche. Gleiche Option. Ich komm mal nicht hin. Ich glaub ich mach grad eher ein Twitch-Positioning als Jin selber. Wenn der Gegner nen Baron Buff hat und du die In-Hips machst. Äh. What? Die ist halt einfach geplatzt. Ja, war aber nicht nur meine Sache tatsächlich. Ja, ja. Die Niko-Ult halt, ne? Äh. Aber ich hab den Legend... Ich bin mal auf Legendär gegangen, ne? Nach 0-2 oder sowas. Ha! Die legendäre Zyra. Ja. Immer nen Knock-Up gegeben, ne? Oh Gott. I'm not feeling this. Ja, unser Twitch fehlt halt, weil er kurz vorher Base-Port. Das ist generell dumm, dass da Leute halt rausgehen. Wir hätten das halt locker gehabt, wär irgendjemand noch da gewesen, neben uns beiden. In dem Fight. Ich mitte, der Knock-Up auf deine Ult war so geil. Ja. Das hat da richtig böse reingezwiebelt. Die Ult hat alle getroffen. Die Ult-Kombi muss man dazu. Oh, ne. Uh. Ich hab hier keine Pflänzchen mehr so richtig. Oh, oh, ne. Nee, nee. Lass mal. Ich muss Base. Meinen Sie, wir können zusammen den Elder Drake machen, wir beide? Ich kann den auch im Nerdfight alleine tun. Ah, vielleicht schon nicht. Mal kurz den Elder Drake resetten. Oder auch nicht. Oh, nö. Aber gut, Abbruch, Abbruch, Abbruch. Äh, da steht jemand hinter dir, ne? Boah. Ey. Wie lange denn bitte noch diese blöde... Wie lange mach ich denn jetzt CC zu? Ach. Fuck, die darf ich nicht aufeinander stellen. Guck, guck, Nidali. Na, wie gefällt dir das von meinen Pflanzen ein halbes Leben abgezogen zu kriegen? Und dein Heal reagiert halt null nieder. Das sah gut aus. Ja, ne? Hat sich gehealt, hat irgendwie 100 Leben wieder bekommen. Von den drei, die er kriegen müsste. Mal. Sieh mal. Ich bin auch da. Okay. Wir müssen dann eigentlich Sidelines und Mitte pushen. Oh Gott, ich bin tot. Ja. Ne, ich bin tot. Diese Base-Port, Alter. Das waren tausende Shutdown, by the way. Ich hab den Ezreal in nem Busch nicht mitgekriegt. Es ist nie cold raus für nen Support-Kill. Äh, wir müssen da gucken. Wir müssten das eigentlich machen, mal irgendwann. Tatsächlich. Ja, sag doch, da ist jemand dran. Tatsächlich. Tatsächlich. Nothing. Ich bin kein gefe�ter. Nau-Nau-Nau-Nau-Limits. Ne, ich bin ein Bein. Tatsächlich. Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau-Nau. playen müssen, das bisschen behindert. Wir halt immer den quasi Roshan abgeben, der hat hier eine Art Bedeutung, aber... Können wir den töten dann? Ich dachte wir gehen einfach töten, aber wir gehen hier alle raus. Die haben meine Bates geportet! Ja, man geht halt mit nem Elder Break-Buff erstmal Bates. Och, Leute! Alter, das ist doch nicht euer fucking Ernst, man! Okay, das ist halt doch ein Hard-Up-Throw. Das könnte jetzt gerade unser Ende sein. Ja, weil jetzt alle nochmal reinfeaten. Nee, 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 guck's! Ah lol, Twitch endet das. Ah, nice, Twitch ist beendet Solo, weil unten der In-Hip-Down war. Boah, sonst wär das jetzt der Loose gewesen. Ja, wär der mit dort im Teamfight gestorben oder in dem 3 gegen 5 wär das der Loose gewesen. Jetzt抽hung. Bei hadn't jeder. Wie geht's für uns? Oh, cool, wie geht's? Ja. Vielen Dank.